Kennst du inzwischen alle 10 Arten von Videos? Hast du genug von belanglosen Konsum-Hauls? Glaubst du, dass YouTube mehr sein kann als Mehl, Flachwitz und Schmink-Challenges? Wir auch. Darum arbeiten wir gemeinsam mit YouTubern an gesellschaftlich relevanten Themen für YouTube und alle anderen Social-Media-Plattformen. Wir glauben, dass im Austausch mit der Community geiler Scheiß entsteht, der etwas verändern kann. Wir glauben, dass man YouTuber dort unterstützen sollte wo sie Unterstützung brauchen, nicht dort, wo sie selbst viel besser wissen, was zu tun ist. Wir glauben, dass wir mit unseren Mitteln und Skills einen Möglichkeitsraum schaffen können, in dem neue Ideen entstehen, die sexy sind und dennoch bilden. Gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung, dem UFA-Lab, Google, der Bundeszentrale für politische Bildung, NGOs und allen, die so denken und arbeiten wie wir, setzen wir Projekte um, die einen Unterschied machen. Wer bei welchem YouTube-Netzwerk ist oder nicht, ist uns dabei völlig egal. Das Internet ist ein Mesh-Netzwerk, in dem jeder ein Knotenpunkt sein kann, der gleichberechtigt mit anderen Knotenpunkten vernetzt ist und Informationen weiterreicht, bis das Ziel erreicht ist. Jeder Knotenpunkt sendet und empfängt. Kein Frontalunterricht, keine Einbahnstraße, kein hierarchischer Provider. Wir sind ein Knotenpunkt zwischen YouTube, der Gesellschaft und Politik. Ein Knotenpunkt, der vernetzt, empowert, berät, kreiert und Mut macht, neue Wege zu gehen. Ein Knotenpunkt, der gemeinsam mit anderen Knotenpunkten zu einem Netzwerk wird. Ein Netzwerk, welches gesellschaftliche Veränderungen nicht nur für möglich hält, sondern möglich macht. Und wer weiß, vielleicht kann man mit einer Mail-Challenge auch Agrarpolitik erklären oder zehn Arten von friedlichen Protesten oder einfach mal ein Fat Trade Haul drehen. Und du? Was glaubst du? Willst du maschen? Dann lass es uns tun. Dann lass es uns tun. Willst du einmal ja persönlichしょ? Untertitelung des ZDF, 2020